jawohl auf geht's willkommen ihr skat geilen typ innen wir spielen heute wieder auf euroscat wir spielen auf euroscat und wir spielen hier den jackpot der buy in war 1 euro und dadurch dass es hier so ein so ein jackpot ist ist der zu gewinnen beitrag immer ein bisschen zufalls abhängig mal kann man mehr gewinnen mal weniger und wir haben jetzt hier gerade einen 4 euro jackpot also drauf geht's neun spiele er spielt peak also wir können hier plunk aufspielen jetzt können wir hier einen unserer wenigen trümpfe verstechen ok gleich schenken und mit 44 habe ich den gewonnen plus die 50 gewinnpunkte macht 94 krank Amen. Wir müssen hier Karo abwerfen, ansonsten können wir es nicht mehr gewinnen. Wir hätten 4 Punkte mehr haben können, aber... Quatsch. Also wir nehmen hier einfach die einfache Null raus, reizen hier unseren Peak. Ja. 12 Sekunden später. 1 Wollt. Wollt. 15 Wollt. 15 Vielen Dank. Also komisch, warum Karin da das Trumpf Ass dann auf einmal zieht. Ich meine, da kann ich mir schon denken, dass er noch einen Trumpf hat. Äh, ein bisschen komisch. Okay, Leute, jetzt würde ich mal sagen, Attacke. Wir sind in Spiel 5, wir wollen die 4 Euro. Auf geht's. Jawohl, auf geht's. Geil gefunden, ey. Jawohl. Okay, jetzt noch mal kurz so überlegen, was wir drücken. Äh, was haben wir eigentlich gedrückt? Irgendwie Kreuz 10. Und den König im Herz. Okay, geil. Wir machen den Peak. Yes, auf geht's. Okay, 14 für die Gegner. Jetzt konzentrieren, bitte. 25. Was? Okay. Okay, also der Trupp steht hier 5 zu 1. 24, oh Gott. 49 für die Gegner. Oh Gott. Was ist hier los? Oh Leute, was ist hier los? Also 49 haben die Gegner. Ey. All die Gegner haben jetzt 53. Ja, ich... Ja. Können wir nichts machen. Ey, starke Findung. Äh, schade, dass das hier 5 zu 1 steht. Hui. Und vor allen Dingen auch jetzt clever gespielt von Karin, ähm, er hat Kreuz Blank ausgespielt, oder sie, und dann, äh, das blanke Karo abgeworfen und konnte dann gleich reinstechen in Karo. Also, es war recht elegant, also vernünftig gespielt, sagen wir mal so. Also wir sind in der Hinterhand, äh, angenommen die Stechfarbe kommt, müssen wir reinstechen, müssen wir Trumpf ziehen, geben das Spiel aus der Hand, kommt wieder eine Stechfarbe, irgendwie mit Assbild, müssen wir stechen. Geht kein Kron, hier. Ja. Können wir stechen. Äh, können wir von mir aus... Aus Kreuze ziehen, falls es irgendwie einen Fehler macht. Alles gut. Also sieht, äh, nicht so toll für uns aus. Auch das, äh, 7. Spiel jetzt. Ist... nichts für uns dabei. 2.000 Jahre später. Kron. Okay, Kreuz 7 wird abgeworfen. Kreuz 8. Also, wir trennen uns einfach von Peak. Äh, äh... Okay, jetzt kommt der Peak. Zwei Spiele to go. Nehmen wir auf jeden Fall. Ach. Ja, in Vorhand können wir das ruhig aus dem Raum spielen. Alles gut. Ach. Okay, wir ziehen hier Kreuz vor. Steht's denn? Okay, steht 3 zu 2. Äh, jetzt können wir Herz vorspielen. Äh, da kommt ziemlich schnell die Lusche. Also, äh, gewonnen haben wir es eigentlich schon so gut wie, würde ich meinen. Ja, äh, die Frage nur, wie kriegen wir Schneider? Ähm... Ähm... Okay, 28. Ja, okay. Ja, wenn jetzt Peak gekommen wäre und, äh, das Spielerrechts von uns... ...hätte auf der besetzten 10 gestanden in Peak, dann hätten wir da, äh, drunter bleiben können. Äh, also, wie viele Punkte haben wir denn jetzt eigentlich? Äh, okay, das sieht ziemlich düster aus. Also, wir reizen das ja doch ein bisschen höher, äh, gegen die, den, der, die das Karin. Äh... Ja, aber ich weiß nicht, wenn Karin eins verlieren würde, äh, das sowieso. Ah, Karin gibt dir ein bisschen Gas, weil, ähm, noch der erste Platz erreichbar ist, anscheinend. Ja, aber ich spiele den Krong, äh, hoffen, dass kein Peak kommt. Und es kommt Kreuz, wir haben mal reingebracht. Sehr geil. Ja, okay, wir hätten vielleicht erst die, äh, die Hartz-10 spielen sollen, ne? Weil Karin wartet jetzt immer auf die Hartz-10, also, es ist... Und dann hätten wir, äh, noch das Ass und Lusche in Karo gehabt, was ja als Stärke gilt. Äh, oh, die Lusche wird gestochen. Oh, nice! Äh, jetzt mal kurz Punkte zusammenzählen. Irgendwie wurde schon... Wurden schon viele Punkte abweggestochen. Ah, schade. Äh, oh, was? Schneider! Okay. Ah, schade, Jungs und Mädels, hat leider nicht gereicht hier. Äh, der Lederstrumpf hat hier die 4 Euro kassiert. Wir leider nicht. Äh, wir haben hier ein Spiel verloren, wo der Trumpf 5 zu 1 stand. Schade, nächstes Mal wird geiler... Geil, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Kanal gefällt, äh, abonniert gerne den Kanal. Ähm, das, äh, würde uns echt helfen. Äh, das Ziel sind 100 Abonnenten. Dann, ähm, kann ich nämlich die URL des, äh, Kanal-Channels, oder des, des Channels, äh, ändern. In eine Benutzer, die definierte URL. Also Leute, haut rein! Ciao!